ich wünsche allen einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zum rammeln dabei sind der manu, die Jani und der Michi, hey lust ihr menschen was geht ab ein Rannan haben wir noch dabei und wir spielen Nami und haben kein gold mehr so schnell kann das geben so kann man mich ja nicht schneller machen ja bringt es voll das kurze stehen bleiben um sich schneller zu machen manu krabbelt alles raus schade war ein guter versuch ich warte einfach hier damit rechnet garantiert keiner gib dir schon mal so ein bisschen auf die schnauze ne ja stimmt musik gibt es ja ne ja guck mal was hört denn der Michi für musik ein bisschen chillig hier geradezu aquatisch jetzt ist es aquatisch braucht ihr mein Leben bitteschön auch das aber nett von dir naja da kann ich auch Leben geben haha support to win oh lol lol manu das war gerade interessant hast du den unten an seinem Füßchen gepackt und weggezottelt während er oben in der Blase war ach so und das ist ja das Schredder mitten im Ignite ey die Hamburg aber ich schoss nicht mehr über die ja schluss mit dem Ruhige Plansche so sieht es nämlich aus ja ja oh Gott bleibt da nicht so weit vorne ich kriege einen Rappel wenn du da stehst komm mal ammer Wuttefuck wie ist der Abgekater hilf mich cool da war ich mal einen Augenblick irgendwie so halb AFK und alles ist tot ja echt mal oh ja der Yi guck dir an wie er quer übern Tower ey hat doch gelitten ich guck den Liften hat er doch huuuu da kann der Manu fliegen zum Glück ist Urgott unterwegs Gott sei Dank ja ja welch ein Glück schade alles über nochmal der Ping ey oh oh heO leu, leu, leu na das darf nämlich weiterhin nicht getroffen möchte ab dem aner nein ab dem aner ach komm selbst zu stehen um die külze heute am arsch aber auf jeden fall noch bewegungsgeschwindigkeit das geht so gar nicht ein bisschen speed mit ein paar boots ja kann ich mir dann auf die ohren setzen als nami wie nicht getroffen wo war ja ich hab ne ulti ich hab ne ulti ich bin hier du bist hier schnabeltier zwei eins kommt alle zu vier nami nett geil ach die creeps schon weg auch sauber krabbeln kann ich muss ich besser positionieren ach komm hier als ob ich dich nicht getroffen hätte ein arsch das ist gut dann sind die allgemein sehr viel ap ja gut muss man ja bloß fokussend nix leichter als das das hätte fast funktioniert fokussend nix leichter als das Ah, schade. Oh, das ist das Ding, man. Das ist das Ding, man. Oh, 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 oh. Nein. Ah, Alter. Hi. Du auch mal? Ja. Ja, war man da. Ach, komm, echt. Wie die immer kurz vor dem Ding noch umdrehen. Alles cool. Kann mich ja heal. Ich sag's dir so, wie es ist. Die Kata kommt gleich hier an. Pentacle. Unterm Tower. Kein Ding. Ach ja, das ist das Leben nicht wunderschön. Ja, wenn man welches hätte. Das stimmt auch schon mal. Oh. Leider nicht tot. Also ganz knapp wieder überlebt. Oh, ich war da hinten. Ja, du warst da hinten. Dann hast du sehr schön anschaulich dargelegt. Was? Weißt du wieder. Da ist jemand anders. Dann doch nicht. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Und gleich wieder ulti. So. Ja. Nice. Ich will irgendwie noch warten, bis die Cutter da mal... Show me what you got. Anna. Schön. Nice. Guck mal hier, was ich hab für dich. Ah, verflixt. Cutter hält sich verdächtig zurück. Ich will eine Pushkarawai rein. Die Dreht. Der ist da hinten. So ist überhaupt keiner. Wieso? Muss ja auch sein, ne? Wir müssen auch reinmachen. Guck mal, was ich gefunden hab. Oh, la 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 la. Oh, Mann. Guck mal, was ich gefunden hab. Na, die Löwchen. Die Cutter, die will ja eine, siehste. Null. Null. Das war nice. wir wollen aber ich denke dass man da die dich ja ein bisschen rum erstmal rabatt uns ja kann man ja mal machen erst mal alles fliegen lassen was da so ist ein bisschen hier den ton angeben nimmst du ja nicht als persona wieder da jetzt kann ich mal effektiv kaputt gehen hast du den kopf war ich nicht getroffen blödsinn ich hab dir keine werbe nein 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 gut erwischt passiert jetzt kann man einkaufen endlich schuhe auf jeden fall und das ding wegen speed, ein bisschen mana, magic, die lumpe noch was zack und los wusch wusch naja schade ich bin um ne ich kann jetzt effektiv nicht mehr helfen das krieg noch hin ach Gott schön ich hoffe jetzt nicht ich glaube jetzt auch echt in jeden hier bestimmt mehr einfach weil du es kannst erstmal die Nila heal da ich würde ich gerne auf jeden Fall ich kann mir das bleiben hoch da war ich jetzt gar nicht drin Bullshit 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 so ich wollte gerade auch sagen jetzt bin ich mal auf den Nila aber Nö ich bin lustig durch fu 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 hu neee neee da jetzt hab ich den Nila getiert ich nehme mal lieber den Carry da jetzt mach dir doch tot ey meinemgott du extra extra das cool hingebaute du 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 ja jetzt mach dir doch tot ey mein Gott schön scheiße weil das besser mitgebracht schade ja natürlich und jetzt kommt ja bei mir nicht anders menschen was hast du denn da ist ja cool sag mal hast du überhaupt ja du hast den Kelch man kann sagen irgendein Manarek die alte der Kelch auf so einer ist eine ganz doohe Idee der bringt rein gar nichts mehr weil der keine Manarek das einfach nur doof erstmals was soll und ich renne noch mal vor ein ok selbst ach cool ach oh Gott rein und ihn auch weiter rein oh Leute bin da bin da ah die Cutter man wie die aber auch einfach so viel Schaden drückt richtig übel was geht aber du machst da vorne Party ich mach hier hinten Party und der Kragas der sitzt da glaube ich immer noch im Busch oder das tut das ist aber nett von dir mit deinem Auto attack drrrrm heiheihei 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 ajih und Cutter ist schon ne fiese Mischung ja wir wären nicht wir wenn die Hungers wären oder so erst mal davor wegschwimmen kommst du aber nicht ran ne an die gerade wieder ein bisschen geträumt er merkt man du träumer So, dann haue ich dem Dragas erstmal 500 Schaden in die Fresse. Ich sehe doch genau, dass er da fehlt. Schön. Schön. Ups. Ah ja, ihr macht das schon. Nein, die sind so gut wie nie im Busch, du. Machen die einfach nicht. Ne, die sind mehr so für den offensiven Kampf. Ja, die Jenna, die haut mittlerweile mit ihren Wirbeln schon unsere ganze Creepwelle kaputt. Brauchst ja nicht gucken. Wir bräuchten jemanden, der sich an den Tower stellt und den tankt. Ja, die Cutter war schon tot. Ja, die kann ruhig zweimal tot sein. Das stört nicht. Okay. Danke. Sehr schön, die ist tot. Vorsicht, Jani. Achso, hab ich's nicht gesehen. Ja. Hab ich's nicht gesehen? Warum nicht? Ohne die Cutter. Äh. Machen wir das so. Wow. Wow. Ja, jetzt ist ein allerreicher Buschbild. Yeah. Ist ja trotzdem fast geklappt. Zauberei. Ein Zauberei. Ein Zauberei. Ja. Sehr schön. Wer den Tower zerstört? Ja, wohl, ich müsste, müsste auch sein. Das tat auch Not. Jetzt können wir sie kaputt hielen. Jawoll. Leute, ich muss ganz dringend auf Klo. Ist nicht. Ist nicht. Ist nur für die coolen Kinder. Klo gehen oder was? Ja. Okay. Aufs Klo gehen gibt es nur für die coolen Kinder. Dann bin ich mal in Wozweck, ne? Oh nein, das bist du nicht. Leute, ich muss mal wieder sterben. Nein, gibt es nur für die coolen Kinder. Ah, komm, meine Welt, ihr kann doch raus. Willst du mich verarschen? Das war brutal. Fünffach Tootok. Nein, nein. Lauf, Manu. Nicht von Cutter, nicht von Cutter. Nee, ich von Cutter. Juhu. Jetzt haben wir Unstimmigkeiten innerhalb ihres Teams erzeugt. Allerdings zerruppen die uns jetzt komplett, ne? Nee, egal. Zehn Sekunden, ne? Reicht aus, damit die uns hier alles zerruppen. Nee, egal. Und dann jeden, der einzeln ankommt, mitzerruppen. Flieg und Sieg, Welle! Da. Den unglaublich schnell. Unglaublich. Boah! Was ist es gesehen? Ja, der hat gut gefressen. Ja, guck und guck. Er wollte man den Urgot der gehabt. Alter, nöööööööö. hat das schon mal dauernd jetzt noch der die böse der war böse ja ihr habt eingekesselt attacke ihr seid zu viert nicht zu zweit weiß so viele aktive items jetzt ja ja ich habe gerade bekommen hast du gerade schon bekommen ist nicht ok wo ist hier wir sind hier die hier bedürftigen da haben wir alles zu viel leben hier ach komm kragers wie kann man denn so fett sein und trotzdem immer so knapp überall rauskommt er war sowas von tod hat es gesagt dann wird vorbeigesprungen was schon genug magiere sie jetzt hätte ich getroffen toll wusste man ja vorher nicht das war eigentlich ganz effektiv nein ich habe falsch gehielt was kommt das denn passieren jetzt habe ich auch noch gedankt weil er ein zauberer ist nein ach natürlich kommt war in dem moment wo ich den hier auf den sätze flash der sich dein ernst ja gut ja gut ja gut ne noch ist nicht vorbei noch lange ist es nicht vorbei das ist noch nicht vorbei da geht noch mehr aber was geht da noch ich habe kein gold für nischt kacke und so wie die rito wird bald wieder aufgebaut sein hat hallo ich kann vor den yee wegrennen wenn ich meinen e aktiviert habe kann ich vor dem yee wegrennen wenn er sein ulti hat ja wie denn ich habe leider nur begrenzte abkling zeiten naja sehr gut einer tankt hier war noch nebenbei hoch auch nie was ready ist ey wie auch nie irgendwelche fähigkeiten ready sind wenn ich sie mal brauche aus der luft gecatcht die haben sich jetzt extra schnell rausgenommen achtung der hier der hier der hier der kopf mal ist ungeschwenkt der geht dir jetzt adi ja ja wir haben doch wir haben doch genug da war ich wie langsam ich bin am arsch habe ich nicht nur verteidigen ist nicht nur für die kugel jetzt habe ich ja schon mal gesagt komm schon das nächste mal wenn ich kopf bin gehe ich kurz denke wir müssen warten auf alle sag das dem uhrgott uiuiui ah und der yee der boah ne der ganz ehrlich der kuta mal kurz durch und natürlich trifft wieder gar nichts weil ich bin ich ich mache meine kuh und bin dann unverwundbar die ganze zeit naja wenigstens wenigstens das ach gott Ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht reingehen eigentlich. Nö. Ich will ja eigentlich auch bloß ein bisschen stressen. Ja, ich bin du, ich krieg auch keinen Schaden. Hab ich schon erwähnt, dass ich hier bin? Und keinen Schaden kriegst du? So, jetzt hier. Aktion ist. Alla, die Waldfee. Ja, fliegende Fisch. Fliegende Fische. Schade. Da ist jemand der Bosch. Ja, hier ist der Bosch da oben. Jawoll. Der ist tot. Der ist mehr als tot. Alter. Oh Gott, nö. Oh Gott, don't be greedy. Ganz ehrlich, ich hab zwei Heiler hinter dem, die alle Mühe und Not haben, den am Leben zu halten. Was war der, der rennt noch weiter nach vorne. Sehr schön. Erstmal ein guter und wichtiger Inhibitor. Ah, shit. Wäre auch eine gute Idee. Ja, los, oder? Lieber. Ja, die haben jetzt auch, sich folgt durch die Jenner. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt. So, ich nehme mal das mal hier fürs Mana. Tschüss. Keine Abg considers. zeit für nix okay die bühne geben grager sport je ein kater ich mache stimmt weil die beine nicht so rein springen als spieler war eigentlich ganz gut ja aber normalerweise könnten die mehr die die halten sich die ganze hinten auf sehr schön ein tower jetzt kommt ja der ist so gut wie dann nachher wunderschön also immer fähigkeit ja das war tödlich gerade ja dann attacke das muss man aufpassen ah kater oh die hat sich weg Haha. Äh. Ich bin alleine. Das ist kacke. Das war ein bisschen sehr scheiße. Huuuuh. Boah. Den Urgott am Leben zu halten ist ein Krampf, ne? Ach Michi. I'm sorry. Oh, die haben wir hier kaputt gemacht bei uns, oder? Das war schon. Komm, Anno. Ja, scheiße. Komm, den zerruppen wir. Ich will mich. Den machen wir gleich? Ja, komm. Wie schnell du bist. Ja, ich werde angerufen. Komm auf der Hände. Willst du tanken? Dann hier ich dich. Ah ne, aber kipp mal weg. Ja, die Jenna hier, ja mit dem Tower. Das ist tatsächlich ein bisschen scheiße, wenn die Jenna den... Aus dem Inhibitor. Lieber den machen. Oh, Leute, Leute, Leute. Was hier ab geht, ey. Ich bräuchte Mana. Habt ihr das? Ja. Einer hätte gereicht. Oder? War nur einer? War nur einer? War nur einer. Ah, es ist ja nur einer. Okay. Ne, weil es gerade aussah, als ob. Ja. Man kann es mich ja gar nicht mit haben. Hallo, du bist raus. So, was ist jetzt los, Robert? Warum bleibt der stehen? Das irritiert einen dann immer so ein bisschen. Oh, nö. Warum renne ich da auch vorweg? Äh. Sind los. Das ist jetzt nicht so schön. Alter, das ist ja richtig spannend hier. Wir werden mal aufhören, sich so hart zu wehren. Nimm dir das Zielding mal. Alles klar. Ja. Okay, okay. Mmm, schade. ja unsere video wird bald wieder aufgebaut sein da kann man jetzt ja loslegen ja mensch nur mit maus gespielt gerade reicht doch wie ich druck machen wir da haben sehr schön oh mein gott sehr schön leute macht ja was geben alter was man sehr spannendes ding du dass das hat sich gezogen und hammer game mensch trotz lex und afk und pinkeln müssen ja wir hatten unsere nachteile die hatten ihre nachteile jeder hat so seins am ende sehr schönes spiel und in diesem sinne bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt armen und rein